hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren tekken 8 video rangenmatches mit lydia wir hatten letztens ein djinn kazama da war recht wir hatten schwierigkeiten einfach den durch zu bekommen jetzt haben wir leo der kann das aufhalten der kann das aufhalten okay okay da ist simi straight up ja 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 und du ja Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. es ging okay das ist schon mal für den einstieg gar nicht mal so übel aber mal schauen wie es weiter geht okay meine damen und herren unser nächster gegner mensch erstaunlich viele nirgendwo mal schauen ja 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 okay ja Schuss! T-Stry засch Vancouver! Hast du einOLLAR Everett von R advise 2 BURía commence? T-ST... takie sólowane... Tuestos Fighter 4... Okay, Nerf. Sie schlüpig實 so, wieobjectzy. Ich habe süße Mal in den nächsten Punkten. Ist de bohe... Das erste Mal, dass wir höher sind als mit Shao Yu. Alles klar, oder? Erwählen. Kacke, da habe ich ein bisschen zu viel rumgespielt. Ich dachte, er hat das, er hat doch seins. Ja, ich dock mich. Ich dock mich zu viel. Das ist alles Mitte. Okay. Round 4. Fight. Ich bin ein bisschen zu viel. Ich habe auch gar nicht gesehen, dass er schon so viele Kämpfe gewonnen hat. Oh, da verliere ich keine Punkte, okay. Hä, wer ist denn 1-2-Fox? Ich weiß gar nicht, ich weiß wie das ist. Oh! Nee, der haut ab, haut ab, sehr viel, ich muss sehr viel hinterher. Fight! Ma, przygotuj się! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah ok, er haut ab und kontert, ja ok, weggezies. Ich bin zu ungeduldig und er etwas. Rund 4, FIGHT! Rund 5, FIGHT! Rund 5, FIGHT! Rund 5, FIGHT! Rund 5, FIGHT! Rund 6, FIGHT! Rund 5, FIGHT! Rund 5, FIGHT! Siebant! Einja. Du wirst! Okay, meine Damen und Herren, unser nächster Gegner steht da. Okay, wenn der schnell ist, dann habe ich ein Problem. Wenn er normal ist, muss ich wahnsinnig aufpassen. Ist halt Harenk, ne? Please, Harenk. Round 1. FIGHT! Hit you! Ja! Przygotuj! Mars! Hey! Er 2018. Dienovigen. Isch. Das travaille. Mitteluner! Stealth! bioduner! Das war's für heute. Das Weiß ist schneller. Standard, wenn er nicht so weit aufmacht. Aber er will, er will. Komm schon. Das war's für heute. Okay. 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 Noch gewonnen, noch gewonnen. Noch gewonnen, noch gewonnen. Noch gewonnen, noch gewonnen. Habe ich gewonnen? Weiß ich nicht, vielleicht schon? Man, man, man. Hartnäckig. Hartnäckig. Okay, alles klar. Dann, äh, würde ich sagen, er wollte das Kabel ziehen. Hat er aber vergessen. Äh, okay, dann wollen wir, dann sehen wir uns beim nächsten Gegner. Alles klar. Dann, bis gleich. Okay, meine Damen und Herren, unser nächster Gegner ist am Start. Wollen wir mal gucken, was es ist. Ein Paul. Ich hoffe, der Paul spielt zumindest ein bisschen mehr, als nur immer seinen Standard-Kram zu machen. Dann komme ich vielleicht auch sehr gut ran. Round one. Fight. Fight. Hey, gut. Hey, gut. Okay, da habe ich ein bisschen Blödsinn gebaut, aber was soll man machen? Okay. 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 Yes. Okay. 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 Ist er da oder ist er nicht da? Okay, dann lasse ich mich noch mal fügeln. Ja, das war nicht fair. Okay. Okay, jetzt fangen wir an zu kämpfen. Okay, jetzt fangen wir an. 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 Du wirst gewinnen. Okay, jetzt fangen wir an. 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 Siegoku! Das ist ein Scheiß-Kneet. Scheiß-Kneet. Immer 1-2-Jap. Ja, 1-2-Jap und los geht's. Das ist einfach. Immer, immer. Kann nix machen. Kann nix machen. Du kannst absolut nichts machen. Boah, der ist ja echt gesegnet mit Sachen. Also ich kann den besiegen. Ah, ja. Ja. Muss ich leider so rein. Das ist das Schnellste, was geht. Ich will nicht sagen, dass er nicht weiß, wie er seine Sachen macht. Ich komm nicht dran. Ich bin zu blöd für... Ich bin zu blöd. Ich bin zu blöd, da ranzukommen. Erwartet. Erwartet und macht nix. Oh! Also, ich kämpfe noch. Ich kann ihn kriegen. Wie? Ja, es ist mies. Immer mit der Scheiße. Punch! Gleich. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Das ist 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 blöd. Punch, punch, greif! Ey, das ist viel zu einfach. Ah, ich tatsch mit dem Zudor, wo ich hier bin. Ich hab's probitiert. Er hat gewonnen. Scheiße, scheiße. Okay, das hätte ich gewinnen können. Egal! Trotzdem, wir sind höher als sonst. Wollen wir mal gucken, wie die Weise weitergehen wird. Aber man wird, man muss schon viel reduzierter kämpfen als sonst. Die Kombos, die werden langsam der Nebensache. Das ist wirklich abwarten und Tee trinken quasi. Naja, weil es geht ja hier um Punkte. Aber trotzdem. Den hätte ich kriegen können. Aber naja, was soll's. Das war trotzdem ziemlich spannend. Ich hätte echt empfugen können. Wow! Ich hätte einen Angriff machen sollen, wo ich echt sehr schnell wieder reset bin und weg wäre. Naja, aber leider Gottes war es die Mission. Ja. Naja, ich würd sagen, wenn euch dieses wieder gefallen hat, dann lasst ihr gleich da unten in den Kommentar. Und wenn euch dieses... Und wenn euch nicht nur mein Fighting-State beziehungsweise Tech-Kennung vorgelegt, dann lasst ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja. Ich würd sagen, ich bin die Kay des Game Stage 5. Und... Ja. Wir sehen. Wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt... VALSCH ZONOREM!